Hey, Amino, ich bin Sabata, der Rächer. In die Stadt kam ein fremder Mann, es war Montag Mittag um zwei. Ich glaube, war sein Gesicht, man erkannte ihn nicht. Hey, Amino, das war Sabata, der Rächer. Fünfzehn Jahre war er gefangen, doch nun war er wieder frei. Doch die Rechnung dafür stand noch offen und deshalb war er jetzt hier. Sabata. In der Bad trank er einen Whisky und warf das Glas an die Wand. Und ein Mexikon-Boy rief den Sheriff vorbei. Sheriff wurde sah seine Augen und wusste, wer vor ihm stand. Es war fünfzehn Uhr drei und der Fremde ging wortlos an ihm vorbei. Und am Tisch fielen allen Spielern die Karten aus ihrer Hand. Plötzlich war jedem klar, jetzt ist er wieder da. Damals, als man ihn fasste, schwar er Rater und tot. Und er fragte ich kaum wieder. Und er bricht seine Fäcke niemals. Schöre Fohlen, er suchte Helfer, doch jeder sagte ihm nein. Man gab ihm nur den Rat, reihte schnell aus der Stadt. Doch er wollte vor ihm nicht fliehen, war er auch ganz allein. Es war Montag um vier. Schöre Fohle nahm seinen Tod und warnt vor die Tür. Tot und still lagen alle Straßen, die Bürger schlossen sich frei. Doch dann wählte ein Schuss durch die Straßen der Stadt. Keiner blieb auf der Strecke und der Kampf war vorbei. Schöre Fohle war Sieger. Er vergisst diesen Montag niemals. Hey, Amigo, das war Sabata, der Rächer. Sabata, 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 Sabata. Sabata, 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 Sabata